Wem gehört Deutschland? Wir haben eben schon gehört, dass die Deutschlandradio-Volontäre ab heute unterwegs sind, um eine Antwort auf diese Frage zu finden. Und genau das tut Jens Berger auch mit seinem Buch, Wem gehört Deutschland? Und das meint er auch ganz wörtlich. Guten Morgen, Herr Berger. Ja, schönen guten Morgen. Wem gehört denn Deutschland? Den Aldi-Brüdern Uli Hoeneß oder ist doch die Bundeskanzlerin eine heimliche Großgrundbesitzerin? Ja, unter anderem, also mit den Aldi-Brüdern, das war schon mal ein ganz guter Ansatz. Also den reichen Familien gehört Deutschland im Grunde. Das oberste Prozent der Bevölkerung besitzt 44,47 Prozent des Gesamtvermögens. Das ist achtmal so viel, wie die untersten 50 Prozent zusammengenommen besitzen. Es ist also eine statistische Einmaligkeit, die sich in Deutschland hier momentan abspielt. Sie machen zehn Personengruppen aus, denen Deutschland gehört, von den Billigheimern über die Medienbarone bis zu den Heilern. Ziehen da alle an einem Strang oder nehmen die sich auch gegenseitig die Butter vom Brot? Ja, es ist natürlich eine Sache, die Sie gerade eben genannt haben. Die Billigheimer beispielsweise, die Aldi-Brüder gehören dazu und die Heiler, das sind die Besitzer der privaten Krankenhauskonzerne. Das sind allesamt eigentlich Gruppen, die von der Reformpolitik der letzten zwei Jahrzehnte massiv profitiert haben. Das sieht man sehr schön an den privatisierten Krankenhäusern. Ein Bereich, der vorher in öffentlicher Hand war, nun privatisiert wurde, einigen wenigen sehr reichen Familien gehören. Und dadurch ist natürlich jetzt diese Entwicklung, dass ein immer größerer Teil des Volksvermögens einer immer kleineren Gruppe von Menschen gehört, auch mitzuerklären. Sie sagen, diese Gruppen haben von den Reformplänen, von den Reformen der letzten Jahre profitiert. Inwieweit? Ja, also es wurden im Grunde seit 1998 ganz forciert, wurden allgemein die Steuern, vor allen Dingen für Vermögende, ganz massiv gesenkt. Also als Beispiel nenne ich da mal die Kapitalertragssteuer, die von 53 Prozent 1998 auf mittlerweile 25 Prozent gesenkt wurde. Und das ist natürlich gerade für Menschen, die ein sehr großes Geldeinkommen haben, beispielsweise ein Dividendeneinkommen, ist das natürlich ein wunderbares Geschenk. Also im letzten Jahr haben beispielsweise die zehn reichsten Familien Deutschlands zusammen 2,4 Milliarden Euro nur an Dividenden kassiert. Und wenn diese Dividenden nur noch halb so hoch besteuert werden, ist das natürlich ja eine staatliche Bezuschussung, Subventionierung der Wohlhabenden, so möchte ich es ausdrücken. Und die Privatisierungspolitik, hatte ich ja gerade eben schon angesprochen, spielt da natürlich auch mit rein. Das heißt, es geht Ihnen nicht nur um Personen, sondern vor allem um Strukturen. Wie verlaufen denn die großen Finanzströme in Deutschland? Ja, das ist ganz interessant. Vor allen Dingen muss ich mal grundsätzlich sagen, ein Problem bei der ganzen Thematik ist natürlich das Messen von Vermögen. Es gibt in Deutschland keine zuverlässigen staatlichen Daten, auf die man da zurückgreifen könnte. Das Statistische Bundesamt beispielsweise in seiner größten Statistikreihe, der EVS, dort werden Haushalte mit einem Nettoeinkommen von mehr als 18.000 Euro im Monat, werden dort nicht vermessen gehen, nicht in die Datenbank ein, angeblich, weil sie statistisch irrelevant seien. Und daher kann man natürlich auch jetzt so eine Flussrechnung nicht präzise aufstellen. Aber prinzipiell ist es natürlich so, bleiben wir jetzt bei den Krankenhäusern, dass die Krankenschwester oder die Helferin, die immer weniger Geld verdient, beziehungsweise die in den letzten 20 Jahren keine relevanten Lohnsteigerungen bekommen konnte, dass die natürlich sozusagen zu den Verlierern gehört, während auf der anderen Seite der Besitzer des privaten Krankenhauskonzerns zu den Gewinnern gehört. Sie plädieren am Ende des Buches für faires Umverteilen mit einem ganzen Bündel von zum Teil radikalen Maßnahmen. Das muss man wollen. Aber wer soll diese Maßnahmen so wollen, dass er sie auch durchsetzt und umsetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Momentan scheint es diesen politischen Willen dazu nicht zu geben. Das sieht man ja beispielsweise beim letzten Bundestagswahlkampf. Kaum haben die Grünen das Wort Steuererhöhungen in den Mund genommen. Schon wurden sie nicht nur von den Medien und auch von der politischen Konkurrenz dem Abschuss freigegeben. Das ist natürlich ein Problem. Bloß wenn wir mal zurückdenken, beispielsweise 1952, da gab es in Deutschland ein Lastenausgleichsgesetz. Das war eine Vermögensabgabe, bei der die Superreichen mit bis zu 50 Prozent ihres Vermögens besteuert wurden. Einmalig, also eine echte Vermögensabgabe. Heutzutage unvorstellbar. Das wäre heute wahrscheinlich Sozialismus pur. Das Gesetz zur Vermögenssteuer ist ja auch immer noch in Kraft. Es wird nur nicht mehr, das ist glaube ich auch eine Einmaligkeit, dass ein Gesetz, das in Kraft ist, vom Gesetzgeber nicht mehr angewandt wird. Also es wäre schon ein ganz einfacher Schritt, einfach das Gesetz zur Vermögenssteuer, das vorhanden ist, einfach wieder anzuwenden. Das wäre schon mal ein Schritt in diese Richtung. Also ich finde die Vorschläge gar nicht mal so radikal. In den letzten 20 Jahren, wie gesagt, hat sich einiges getan, auch in der öffentlichen Diskussion, dass solche Vorschläge als radikal wahrgenommen werden. Aber wenn man mal ein bisschen zurückdenkt, auch in die jüngere Geschichte der Bundesrepublik, so radikal ist das gar nicht. Jens Berger hat das Buch Wem gehört Deutschland geschrieben, das jetzt im Mai erscheint. Danke dafür und auch für das Interview. Ja, gern geschehen. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die Ortszeit am Montag. Dann hören Sie um 8.40 Uhr die erste Reportage zum Thema Wem gehört Deutschland? Das Volontärsprojekt von Deutschlandradio.